Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Samsung Galaxy S23 Ultra. Das hat mich die letzten Wochen, jetzt auch weit über einen Monat, durch den Alltag begleitet. Und ich möchte euch einfach mein Fazit dazu geben. Wie hat sich die Kamera gemacht? Wie war das Smartphone generell im Alltag? Lohnt es sich oder vielleicht doch eher nicht so? All das natürlich in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, auch das Video habe ich natürlich wieder in verschiedene Kapitel unterteilt. Design, Kamera, Software und so weiter. Findet ihr hier auch noch in der Leiste oder in der Videobeschreibung. Aber am besten schaut ihr einfach das komplette Video. Dann seid ihr up to date. Und ich werde auch die grundlegenden technischen Eigenschaften, die einfach wichtig sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, hier im Video nennen. Denn dann ist jeder up to date. Starten wir dann nun beim ersten Punkt. Und das ist natürlich wie immer bei mir das Design. Hier hat sich ja im Vergleich zum Vorgänger gar nicht mal so viel geändert. Der Rahmen, der ist jetzt etwas ganz minimal kantiger geworden. Nicht mehr ganz so abgerundet wie vorher. Merkt man aber wirklich nur im direkten Vergleich. Ist einfach so ein bisschen griffiger nochmal, wenn man es in der Hand hält. Aber ansonsten hat sich designtechnisch hier nicht viel verändert. Wir haben weiterhin die matte Glasrückseite mit diesen Kameraelementen, die herausstehen. Das finde ich optisch auf jeden Fall richtig schön. Ich finde auch gut, dass wir diese Design-Sprache jetzt auch beim S23 haben. Also ohne das Ultra hintendran. Das finde ich optisch sehr, sehr schön gelungen. Ich mag auch dieses Grün beim Smartphone in diesem Jahr sehr gerne. Könnt ihr mal gerne in den Kommentar schreiben, was so eure Lieblingsfarbe vom S23 Ultra ist. Es gibt ja bei Samsung im Online-Store auch noch so spezielle Farben. Sehen auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Aber ansonsten muss ich sagen, das Grün gefällt mir optisch richtig gut. Auch zur Verarbeitung und den verwendeten Materialien kann ich sagen, das ist nach wie vor wirklich top. Da habe ich jetzt nicht wirklich viel zu meckern. Auch hier mit dem glänzenden Aluminiumrahmen sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Eine Sache, die vielleicht jetzt kein Kritikpunkt ist, aber eine Anregung vielleicht für die nächsten Jahre. Und zwar, als ich das Smartphone auch mal ein paar anderen Leuten in die Hand gedrückt habe, um einfach mal ihre Meinung dazu zu hören, habe ich oft die Reaktion bekommen, wow, das ist aber ein extrem großes und schweres Smartphone. Stimmt natürlich, es ist jetzt kein kleines Smartphone. Ich bin es allerdings gewohnt, denn ich nutze auch das iPhone 14 Pro Max im Alltag. Deswegen war es jetzt für mich keine Umgewöhnung. Aber ich kann diesen Punkt natürlich nachvollziehen. Und ich denke, es wäre nicht verkehrt, auch vielleicht, dass Samsung bald mal oder in den nächsten Jahren eine kleinere Variante des Ultra-Modells auf den Markt bringt. Das Glas ist übrigens Gorilla Glass Victus 2 und ich habe jetzt auch noch keinerlei Kratzer oder auch keine Haarkratzer im Display oder sonst wo im Smartphone. Das ist auf jeden Fall top. Eine Sache, die mir aber so ein bisschen negativ im Alltag aufgefallen ist, wenn man das Smartphone in der Hand hält, das sind die Kanten. Denn diese merkt man auf jeden Fall im Handball. Aber da kann mir dagegen helfen und zwar mit Cases. Übrigens, falls ihr noch auf der Suche seid nach coolen Cases für euer Smartphone, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei Casedify vorbei. Da gibt es eine Riesenauswahl mit richtig coolen Designs. Die beliebte Supermarke ist wie eure schützenden Handyhöhlen bekannt, denn mit der EcoShock Stoßdämpfungstechnologie federn die Cases Stürze bei den Impact Cases bis zweieinhalb Meter und bei den Ultra-Impact Cases sogar bis dreieinhalb Meter mit vier- beziehungsweise fünffachen Militärstandard ab. Somit ist euer Smartphone also auch bei Stürzen bestens geschützt. Außerdem haben wir ein Lay-on-the-Table-Design, sodass das Display keinen Schaden nimmt, da der Rand der Case über das Display steht. Und darüber hinaus sind die Cases auch aus 65% recycelten und pflanzlichen Materialien hergestellt. Wie ihr seht, es gibt auf jeden Fall tausende von Designs, von denen ihr eure Lieblingsvarianten wählen könnt. Das, was ihr hier im Video seht, ist nur ein kleiner Eindruck. Checkt auf jeden Fall mal die Webseite ab. Und übrigens, die Cases sind auch personalisierbar, was es nochmal einzigartig macht. Neben den Cases gibt es aber auch Zubehör wie diesen Display-Schutz, damit auch das Display des Smartphones optimal geschützt ist. Oder auch diesen Leder-Phone-Strap zum Umhängen des Smartphones. Einen Air-Tag-Halter, auch extrem praktisch, genauso wie dieses MagSafe-Wallet. Den direkten Link zu Caseify und auch den Rabattcode findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, also checkt Caseify auf jeden Fall einmal ab. Zurück zum Fazit und hier kommen wir jetzt als nächstes zum Thema Entsperren des Smartphones. Das geht ja zum einen über den Ultraschall-Fingerabdruck-Sensor im Display. Funktioniert auf jeden Fall ziemlich zuverlässig und ich bin von der Position des Sensors hier auch sehr zufrieden. Der ist nicht zu hoch oder zu tief. Ja, das geht auf jeden Fall wirklich gut. Dann gibt es natürlich auch noch die Gesichtserkennung. Das Ganze ist aber allerdings eine 2D-Gesichtserkennung, also nicht so sicher wie jetzt Face ID. Hat aber auch zuverlässig im Alltag funktioniert. Weiter geht es dann zum Thema Display. Und hier haben wir ein 6,8 Zoll AMOLED-Display mit einer Quad-HD-Plus-Auflösung von maximal 3088 x 1440 Pixeln. Das Ganze muss man, wer sich damit so ein bisschen auskennt, aber erst mal aktivieren ist sonst, wenn man das nicht aktiviert, natürlich akkuschonender. Ich muss sagen, im Alltag hatte ich eigentlich meistens diese hohe Auflösung nicht aktiviert, sondern die 1080p-Auflösung und das hat für mich eigentlich vollkommen ausgereicht. So hat der Akku dann natürlich auch noch so ein bisschen länger gehalten. Zum Display in sich kann ich aber sagen, dass mir dieses von den Farben, vom Kontrast, Schwarzwert und den Blickwinkeln extrem gut gefällt. Das ist natürlich wichtig im Alltag, denn das ist das, was man beim Smartphone auch am meisten, würde ich jetzt mal sagen, benutzt. Des Weiteren haben wir auch eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Das passt sich dann je nachdem, was ihr auf dem Display macht, an. Wenn ihr scrollt, ist es natürlich höher, als wenn ihr einfach einen statischen Text, der sich jetzt nicht bewegt, anschaut. Auch das Display-Oberflächenverhältnis gefällt mir einfach beim S23 Ultra nach wie vor super gut. Oben haben wir die Punch-Hool-Kamera und durch das Curved-Display sieht das hier einfach sehr, sehr schön und modern aus. Wünsche ich mir beim iPhone auch, dass das endlich mal so der Fall ist. Auch wenn jetzt die Display-Ränder oben und unten nicht symmetrisch sind, kann man drüber hinweg schauen. Aber wer Nietenzähler ist, wird es vielleicht dann im Alltag negativ merken. Eine Sache gibt es ja dann noch bei den Ultra-Modellen und das ist der S-Pen. Darüber können wir zum Beispiel einfach Notizen schreiben, etwas markieren, ausschneiden, whatever. Ist auf jeden Fall praktisch und nice to have. Da ich sonst aber Smartphones nutze, die halt eben nicht einen solchen Stift haben, bin ich natürlich von der Funktion bzw. von dem Nutzen an sich nicht unbedingt abhängig. Trotzdem ist es natürlich wirklich nice to have. Einfach so ein bisschen mal schnell damit etwas zu notieren. Das geht natürlich dann per Handschrift, finde ich, nochmal besser, als wenn man es irgendwie einfach per Tastatur einschreibt. Und sieht natürlich auch nochmal cooler aus, finde ich. Jetzt wird es aber nochmal spannend und das ist natürlich das Thema Kamera. Ich habe in den letzten Wochen super viele Fotos gemacht. Ich war mit dem Smartphone in Schweden und habe damit natürlich auch ordentlich fotografiert. Und die Bilder schauen wir uns gleich an. Erst werfen wir nochmal einen Blick auf die technischen Daten, damit jeder auch weiß, was wir jetzt hier überhaupt so haben. Und zwar haben wir beim S23 Ultra eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera, eine 200 Megapixel Hauptkamera und 2x10 Megapixel Zoom für den 3-fach und 10-fach optischen Zoom. 200 Megapixel klingt natürlich erstmal krass, aber diesen 200 Megapixel Modus muss man nochmal separat aktivieren. Dann haben wir zwar auch höhere Details in den Bildern, die Fotodatei an sich nimmt aber auch mehr Speicherplatz ein. Und ich bin ganz ehrlich, in 95% der Fällen, vielleicht sogar noch mehr, habe ich nicht den 200 Megapixel Modus extra ausgewählt. Und die ganzen Fotos, ich würde sagen, ich habe ja zu viel geredet, wir schauen uns die ganzen Bilder jetzt einfach einmal ein. Diese sind natürlich nicht nachbearbeitet, sondern kommen so aus der Kamera des S23 Ultra. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es hat super viel Spaß gemacht, hierüber Fotos zu machen. Zum einen finde ich die Bilder sehr natürlich gehalten. Ich habe das Ganze auch schon mal mit dem iPhone verglichen, also da gibt es auch ein komplettes Video. Falls ihr einen Kamervergleich zwischen iPhone und S23 Ultra haben möchtet, schaut euch das Video unbedingt mal an. Sehr gut gefällt mir aber hier bei den Bildern der Dynamikumfang und wie gesagt die Natürlichkeit der Bilder. Das wurde gefühlt auch nochmal verbessert, denn sonst hatte ich die Bilder etwas satter in Erinnerung. Allerdings finde ich es farblich teilweise immer nochmal etwas satter, als es die Realität ist, aber das ist ja bekanntlicherweise Geschmackssache. Ich habe die letzten Wochen auf jeden Fall super viele Fotos gemacht. Zum einen natürlich mit der normalen Hauptkamera, aber auch mit der Ultra-Wildwind-Kamera. Einen kleinen Teil habe ich jetzt in dieses Video gepackt und ich hoffe, ich konnte euch hiermit schon mal einen guten Überblick über die Bildqualität geben. Aber was mir auch extrem gut gefallen hat, das ist der optische Zoom. Zum einen haben wir einen 3-fach, aber auch einen 10-fach optischen Zoom, so kommt man einfach nochmal näher ans Objekt ran. Und die Schärfe beim Zoom, die finde ich hier auf jeden Fall auch top. Wenn man aber nochmal weiter ans Objekt rankommen möchte oder wenn irgendwie weit entfernt ein Schild ist, was man einfach mal lesen möchte, dann haben wir jetzt hier einen bis zu 100-fach digitalen Zoom. Das ist auf jeden Fall nach wie vor, finde ich es super beeindruckend, auch wenn man diese Bilder mal irgendwelchen Leuten zeigt oder auch hier dieses Mondfoto, obwohl Samsung da scheinbar so ein bisschen was per KI nach verbessern soll. Trotzdem finde ich diese Mondfotos nach wie vor super beeindruckend. Dann schauen wir uns jetzt hier nochmal ein paar Nachtfotos an. Auch hier macht das Smartphone natürlich eine gute Figur. Ich finde vom Gesamtergebnis das iPhone-Bild aber nochmal etwas besser. Gerade hier bei diesem Bild, muss ich sagen, sieht man das auf jeden Fall, oder? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt mir hier auch der Nachtmodus beim Smartphone gut. Und all in all, die Kamera ist nach wie vor eine wirklich mega, mega gute Kamera auf dem Smartphone-Markt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es hat super viel Spaß gemacht, darüber Fotos zu machen. Nun schauen wir uns nochmal kurz die Performance an. Und hier haben wir ja den Snapdragon, endlich den Snapdragon, genauer gesagt den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Und diese hat auf jeden Fall auch gut Power. Also das merkt man direkt, wenn man jetzt Apps öffnet, im Multitasking irgendwas macht, durch den Google Newsfeed scrollt und so weiter. Also im Vergleich zum Vorgänger haben wir hier einen deutlichen Performance-Schub. Und das merkt man auch bei Spielen oder wenn es mal ein bisschen grafisch aufwendiger ist. Also hier haben wir jetzt Performance-Technisch bei dem Smartphone in diesem Jahr keine wirklichen Performance-Probleme. Das läuft auf jeden Fall sehr solide. Dann ist nochmal ein weiteres Thema natürlich der Akku. 5000 mAh haben wir hier. Und hier ist auch oft die Frage, die ich dann gestellt bekomme, wie sieht das Screen-On-Time aus? Kannst du dazu etwas sagen? Das ist natürlich immer so ein Wert, der ist immer so ein bisschen subjektiv. Denn jeder nutzt sein Smartphone anders im Alltag. Ich kam auf eine ungefähre Screen-On-Time von 7,5 bis vielleicht sogar 9 Stunden, je nach Nutzung. Aber wenn man das mal so ein bisschen runter bricht und allgemeiner beurteilen möchte, kam ich hier easy durch den Tag. Eher über anderthalb Tage. Wenn ich es noch ein bisschen windiger genutzt habe, das Smartphone, kam ich sogar fast bis zu zwei Tagen. Aber ich sage mal, bei wirklich normaler Benutzung seid ihr hier zwischen ein bis anderthalb Tage damit am Start. Soweit sind wir jetzt aber auch schon wieder beim Fazit des Smartphones angekommen. Und alles im Allem hat mir das Samsung Galaxy S23 Ultra in diesem Jahr wirklich gut gefallen. Wir bekommen ein schönes Design nach wie vor, ein wirklich gutes Display und auch eine Top-Kamera. Dazu auch eine verbesserte Performance und auch, ich sage mal, eine etwas bessere Akkulaufzeit als beim Vorgänger. Also es hat sich auf jeden Fall im Vergleich zum Vorgänger verbessert. Doch ist es jetzt wirklich so viel krasser als der Vorgänger? Und da muss ich sagen, ja, nicht ganz würde ich sagen. Also wenn man jetzt den Vorgänger, das S22 Ultra, irgendwie im Angebot günstig oder auch deutlich günstiger bekommt, dann macht man da auch nicht viel falsch. Trotzdem, wenn man natürlich jetzt das Neueste vom Neuesten haben möchte mit eben dem Snapdragon und jetzt der etwas besseren Kamera, dann, ja, holt euch das S23 Ultra oder schaut euch vielleicht auch nochmal das normale S23 an. Vielleicht braucht ihr gar nicht diesen krassen Kamerasoom oder das Curved Display. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Auch das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Gerät unten in die Kommentare. Wie gesagt, zu den Punkten, die ich hier auch im Video genannt habe. Vielleicht seid ihr andere Meinung, dann können wir darüber gerne diskutieren. Und ja, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. . . . . . . Bis zum nächsten Mal.